get down to us mit dem ball ins aus der ganz wenigen konzentrationsfehler bei der eintracht stark kalitori dabei war eigentlich schon weg und das hat jung offenbar so geärgert dass er sich da hat hinreißen lassen die quittung bitteschön vierte gelbe karte in der laufenden saison ganz stark von kalidjuri das ende dieser aktion von jungland weniger